Wie es jetzt losgeht. Ja gut, also ich möchte mich mal vorstellen. Ich bin der Holger Bliss vom Familienbetrieb Gärtnerei Bliss aus Durlachauhe. Und wir betreiben hier in dritter Generation schon einen Wochenmarktstand auf dem Gutenbergplatz in Karlsruhe. Wir bieten an Obst, Gemüse regional, saisonal, teilweise eigene Produkte. Zugekauft auch von verschiedenen Betrieben, befreundeten Betrieben, die wir hier anbieten. Was schätzen Sie denn am Wochenmarkttreiben als Marktbeschicker? Die Vielfalt, die Vielfalt als Angebot, aber auch die Vielfalt an Kunden, die sich hier trifft. Am Marktstand hier trifft sich alles, jung, alt. Es macht keinen Unterschied, woher, wieso, weshalb. Man kauft hier ein, man hat hier die Möglichkeit. Mittlerweile wird es schon schwer, sich für Produkte zu entscheiden. Und die Leute merken auch, was für ein Gewicht sie mit ihrem Einkauf hier auch bewirken können. Sie halten uns am Leben. Sie bekommen auch was zurück. Genau. Herzlichen Dank. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.